Angel 3 Nach dem sensationellen Erfolg von Angel 1 und Angel 2 ist sie zurück. Ehrbare Studentin bei Tag, Strichmännchen bei Nacht. Sie geht in den Untergrund, denn sie erfährt, dass sie eine bildhübsche Schwester hat. Und die arbeitet für die größten Gangsterbosse. Ein mörderischer Kampf gegen das Syndikat beginnt. Das Vorhaben, ihre Schwester aus den Fängen der skrupellosen Gangster zu befreien, scheint unmöglich. Dennoch nimmt sie den aussichtslosen und ungleichen Kampf auf. These people are trouble. There's a lot of shit going down that you don't know about. You're in for action. Because this time she means business. How does it look from this side, sweetheart? Angel 3 Noch härter, noch packender und noch spannender als seine Vorgänger.